Willkommen zu einer neuen, entschuldigen Runde W.W. Burning Crusade von Blizzard Entertainment Ich bin außer Reichweite Genau deswegen Denken wir gleich auf ihn Stellen ihn mal hin Ja, du hast auch zu kosten So Da haben wir den Da können wir den weg machen Und hoffen, dass der Boss schon was Boop So, der ist weg Damit haben wir den Kopf Jetzt gucken wir runter Ob der Hexenmeister hier hochläuft Denn wenn er hochläuft, braucht er auch den Kopf Wenn er nicht hochläuft Braucht er die Waffen Die hier, die Waffenkisten Oder ist unterwegs schon umgefallen Es ist nicht einfach am Anfang Hexenmeister ist einfach, gebe ich dir recht Wenn du Level 10 bist und ein Leerwandler hast Genau in der Kombination Nur Level 10 ist es auch nicht einfach Ersten muss einen Leerwandler haben Ist wie beim Jäger Bis zum Petion spielen zerrt sich Auch mit Level 10 Ne, warte mal Hexenmeister hat doch Ein Wichtel In den ersten Leveln Hm Ich habe kein Wichtel gesehen War es gar kein Echsenmeister? Habe ich mich geirrt? So Fein Da war noch ein Kopf Ich habe es gesehen Ich habe es gesehen Lauf mal schnell hin Der 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 zu haben wir geben hier ab geben da ab rennen hierhin und machen denn so weiter so der blauen falls ich nicht noch irgendwie abgelenkt werde immer noch kein pilz die wollen ihren pelz behalten habe ich den mit dem streitkopf zu sehr zermatscht muss ich wieder ein schwert nehmen das wärs wenn du sowas beachten müsstest ich brauche zerklatschte troll uhren musste ein streitkopf nehmen ich brauche ganze streituhren musste ein messer nehmen oder ein schwert juni wenn ich bin ich wie sagte ich nach plan darunter hier soll man hier noch nicht erkundet zieht das alles zusammen sehen wir gleich sehen wir gleich diese kupfer da unten ist kupfer ich dachte es wäre oben drauf da ist noch ein bach dazu schnappen wir uns auch gleich aber erstmal das kupfer 49 kupfer immer noch viel versuch ist das level 6 da haben wir das nächste jawoll dann lauf mal schnell ach das ist ja auch so eine schöne quest ja freut dich ne alchemie lehrer verzauber alchemie auch nette kombi unsere feinde werden fallen das sowieso und besorgt eine flasche bester sonnentropfen bachtatzen und jawoll das zeug musste kaufen und zwar hier vorne eins da eins und hier unten eins grob kurz zusammengefasst da ist noch ein kupfer lauf schnell schneller hack schnell das ist ja nicht so viel zeit jetzt mal ein super leck so jetzt müssen wir wieder hier lang kommen wir hier dumm ja weiß ich war doch nicht so toll ja das ist eine feier dort deswegen sollen wir auch die ähm sonnentropfen ähm sonnentropfen doch da steht sonnentropfen bester sonnentropfen bachtatzen häppchen zum essen und feuerwerksbündel soll man da hinschleppen damit die da noch mehr rumballern können dann sagt einem ingenieur bescheid er braucht er das zeugs nicht zu kaufen der steht durch das her na doch mussten wir dann abkaufen ha 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 goldblatt pass hier wird so ein bisschen duscher die quiz hier unten das ist weißburke das ist ein level 10er mob der da extra rumrennt der droppt eine heizkette ja du mich auch ja zehn typen kind wie immer mach alles blatt ne klippe alles kaputt so und weißburke muss dann hier drin irgendwo rum springen meistens hier unten huch die sind ja so groß wie wir so ich bin die mona ne haben sie nicht hätte ich vielleicht in andere richtung einschlagen sollen ja mit questen wir heilen uns voll probe naja so um man zeigt es schon immer ein du kannst draufdrücken und es passiert noch nichts nervig so dann hoffen sie die sau wieder dann hier entschuldigt dann hat er dann vorbeigeklippt mhm siehse krone nicht weißburke die alte wir sollten auch erstmal anders rumlaufen erstmal die quest dann machen aber wenn ich einmal hier bin würde ich sie auch fertig haben man erkennt den baum früher sah man es besser aber was wollen wir ihn noch größer aber ein kleines stückchen größer ist er auf jeden fall noch deswegen gucke ich ja gerade so stark das war auch kein raum da hm hm richte mal genau so 48 ja zwei besser zwei rüstungen hm nice da ist er da oben er wird genau dort sogar angezeigt ich habe mich glaube mit dem jäger noch gewundert warum das ist zu weit entfernt mäh na ne hier ist mir rundherum zu viel los wir klippeln die einzelnen Astmonik sowieso uns im Moment verdreschen kriegen wir gerade so zwei hier hin bap 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 warum habe ich vorhin eigentlich nicht auf die Rezepte gewürfelt ähm weil ich sie nicht brauche auch für einen Twink nicht brauche und die Stoffe sind meistens Schneider jetzt ziehen wir nicht mehr den da achso hier ungebufft und weißbogen ziehen wir wenn nach unten doch wir wissen dass der hier mit dazwischen rum läuft ich muss näher ran ziehen wir den noch hinten weg und hoffen wir kriegen doch noch keinen Riesbogen und ziehen dann Weißburger auch hier hin du planst ja wie in der Raid naja gut ins Gesicht voll machen kurzzeitbarfut langzeitbarfut Pool kennst du das noch kennst du das noch Damage Stopp Damage Stopp Warten Damage Go Damage Stopp Agro Damage Stopp jawohl die alten Zeiten von früher das ist dann mal da können wir uns in Ruhe naja gut in Ruhe hin kannst du auch einfach nur umlegen damit haben wir hier die Quest annehmen packen wir nach unten ähm mit kurzem machen wir noch nicht aber ach bei dem muss ich die abgeben ok so da haben wir die ich würde kurz auch nochmal die Zähne schon zusammen oh kupfer kupfer hab ich hab geskillt ne ne aber zum kupfer brügeln wir uns durch hm haben immer noch keine Mana das muss ich auch irgendwie näher ran legen den vielleicht das andere weiter weglegen ne dass ich da schneller mal drauf gedrückt kriege na komm du hab dich nicht so affig hier kupfer so haben wir denn noch kleinere Queste ne siebener siebener neuner 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 zehner hm den brauchen wir nur noch ein hier ist schon wieder Respawn so lange haben wir dafür gebraucht ach davon gibt es ja super neuner ach davon gibt es ja super neuner ja jawoll wir geben beides ab und kriegen hier noch eine Folge fest aber die machen wir danach jetzt latschen wir nach morgen Luft hier an der Seite lang und gucken daschs muss ich da hin kommen dahin kommen genau hier machen wir die quest nebenbei pipeline hinterher dann laufen wir züüüüüüüüüüsch Und dann geht es hier unten weiter mit den beiden und dann 5% Crit und weiter. So, hier. Nicht vergessen. Verkaufen. Und auf der letzten Seite Feuerwerksbündel der Hammer. Das wurde doch auch mal gezeigt, oder? Wenn du das gekauft hast. Jetzt kriegst du einen Abschnitt. Wie gut. Wie schön. Zuflucht der Weltenwanderer. Jawoll. Ach, da drüben. Ja, äh, Lidkle. Da mit dem Quatschen. 81. Das nehmen wir doch klar. Der Fakt der Abrechnung wird kommen. Können wir die auch gleich raushauen. Sehr schön. Jupp, 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 jupp. Nach Noten. Nach Not-Ost. Na, aber noch Osten-Sommer. Jupp, da. Hopp. Und, äh, müssen wir uns ziehen. Denn wir gehen hier. Da wollen wir wissen. Bup, bup. Bup, bup. Bup, bup. Bup, bup. Bup, bup. Bup, bup. So, bei der nächsten Schmiede sollten wir mal anfangen mit bauen, ne? Ich schwachkopp. Ich hätte mir doch die ganze Zeit schon die ersten Ringe bauen können. Zumindest die Ringe. Die ersten Punkte macht man mit den Statuen. Ja. Hammer doch. Huch. Da drauf. Und wir werden so viel herstellen. Also geplant ist, dass wir so viel herstellen, dass das im Endeffekt egal ist. Und da ich ja pro Tag nur eine Folge bringe mit 20 Minuten, werde ich zwischendurch Zeit haben, nachzufarmen und immer mehr herzustellen, je nachdem, wenn es sich verkauft. Wenn es sich nicht verkauft, farm ich dann auch nicht nach. Denn wir brauchen ja nicht das Zeugs in 100er Sechs da. Wenn wir es dann nicht mehr verbraucht kriegen, weißt du? Dann liegt es nur noch rum. Und Marktpreise möchte ich nicht kaputt machen. Oh, das ist ja schon wieder neuner. Oje. Dann guckt ihr hier auch noch die Escort-Quest dazu. Ähnlich Escort hier, die Beschützt-Quest. Na, die wird dann knackig. Naja, bis dahin an einem Level-Up. Naja, die müssen wir noch mitmachen. Wenn ich das Kupfer einhacke, dann kommt der sowieso dazu. Für die Quest brauchen wir sowieso noch, oder? Jo, jo, jo. Jetzt hier wird es schon eher mal einziehsig hier. Da kannst du wieder auf heute ticken mit Leben. Ja. Martin, der wird ziemlich gut, he? Ha, ha, ha. Ist ein riesen Unterschied. Hammer zu Lichtking. Brauchen wir euch auch, ne? So ein schönes, ne? Braucht man noch? Maraudeur. Dunkle Gespenste. Achso, die gab es dann nur noch tiefer, ja. Noch weiter im Süden, sozusagen. Ja, ja, ja. Warte mal, wir haben das. Da können wir das noch, und das noch, und das noch, und das noch. Zornschämen rastet alles. Ja, dann geh hin, dann bist du in Reichweite. Genau. Ja, ist ja... Jetzt droppen sie. Ja, warte mal. Einen Platz haben wir noch dafür. Jawohl, guck. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, vorbeischauen, zuschauen. Dankeschön. Wenn's dir gefallen hat, ein Däumchen wäre schön, und über ein Abo freue ich mich riesig. Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann aktiviere bitte die Glocke. Bis dahin, auf Wiedersehen, und... Tschüssiikowski.